Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Dad Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Jugendwort des Jahres 2019. Wie ihr bestimmt aus Presse, Funk und Fernsehen erfahren habt, ist die Wahl zum Jugendwort dieses Jahr ausgefallen. Ich erkläre euch kurz warum und wie ich es geschafft habe, ein eigenes Jugendwort des Jahres zu ermitteln. Zunächst mal, was ist denn eigentlich das Jugendwort des Jahres? Das Jugendwort des Jahres wurde seit 2008 jedes Jahr bestimmt und zwar von einer Jury unter Leitung des Langenscheid Verlages. Der Grund für diese Aktion war Marketing für das Jugendlexikon des Verlages. Und herausgekommen sind dabei teilweise wirklich gut bekannte Wörter wie Babo, Läuft bei dir oder Ibims aus dem Jahr 2017 zum Beispiel. Es sind aber auch Begriffe rausgekommen, die eigentlich wahrscheinlich nicht so häufig einem Jugendlichen über die Lippen gegangen sind, wie meinetwegen Niveau Limbo 2010, Smombi 2015 oder Flysein 2016. Wenn jetzt ihr Jugendliche seid und sagt, aber Flysein, das haben wirklich alle gesagt 2016, entschuldigt, so gut kenne ich mich natürlich auch nicht aus. Und warum gab es dieses Jahr kein Jugendwort? Die Vorbereitungen waren eigentlich schon getroffen, aber der Langenscheid Verlag wurde von Pons übernommen, was zur Klettgruppe gehört. Und die fanden wohl dieses Jugendlexikon, für das mit der Aktion eigentlich geworben werden soll, nicht so prickelnd, dass es sich lohnt, dafür Marketing zu machen. Ja, und warum habe ich mich jetzt berufen gefühlt, das Jugendwort des Jahres 2019 zu küren? Ja, natürlich aus Marketinggründen, denn es geht um mein Buch Willkommen in Neuland, aber auch natürlich deshalb, weil Sprache meine Leidenschaft ist, weil ich schon immer mich mit Kommunikation und Sprache auseinandersetze, weil das mein Beruf ist, die Moderation, auch die Logopädie, Sprachförderung. Und insofern passt das gut zu mir und meinen Themen. So, der zweite wichtige Punkt ist, wie fand diese Wahl statt? Ich habe zunächst 16 Vorschläge erarbeitet, die teilweise aus der Community kamen, teilweise aus dem Netz zusammengesucht wurden. Es gab ja auch schon Vorschläge als Vorbereitung für das Jugendwort des Jahres. Aus denen habe ich dann 16 ausgewählt und die auf einer Webseite zur Auswahl gestellt. Die Wörter wurden dabei immer wieder in einer unterschiedlichen, zufälligen Reihenfolge angezeigt. Und ich habe noch darum gebeten, das Alter einzutragen. Damit wollte ich dann hinterher, was ich auch tue, die zu Alten beim Jugendwort auch wieder ausschließen können. Beworben habe ich das Ganze über Instagram, YouTube und Twitter. Das ist natürlich nicht wissenschaftlich, aber ich finde 2723 Teilnahmen an dieser Umfrage für drei Tage schon ziemlich gut. Als Jugendlich gelten im Allgemeinen die 13- bis 24-Jährigen. Davon hatten wir 2496, also den überwiegenden Teil. Da kann man schon eine gewisse Statistik dran festmachen. Ich habe auch die ganze Zeit über diesen Abstimmungsprozess betrachtet und habe feststellen können, dass sich die Haupttendenzen auch, und so kenne ich das von Umfragen, eigentlich nicht mehr groß verändern. Man hat meistens schon bei 3400 eigentlich die ersten 4500 feststehen. Wenn man sagt, Jugendliche sind zwischen 13 und 24 Jahren, dann teilt man normalerweise nochmal zwischen 13 und 19 und 20 und 24. Und da haben wir bei den 13- bis 19-Jährigen 2171 Teilnehmende und bei 20- bis 24 Jahren 325. Also im Grunde in der Kerngruppe 13 bis 19 den größten Teil. Und so ist es ja auch richtig für ein Jugendwort des Jahres. Und diese beiden Gruppen möchte ich eigentlich hauptsächlich betrachten. Das Interessante ist nämlich, sie sind sich nicht ganz einig, aber in der Tendenz dann schon. Tja, was sind nun die Jugendwörter des Jahres 2019? Über alle Altersgruppen hinweg haben sich vier Wörter als die Favoriten herauskristallisiert. Die sind überall auf den ersten vier Plätzen. Und zwar sind das die Wörter safe, cringe, Bruder muss los und Ehre. Was heißt das eigentlich? Also gut, am einfachsten ist sicher safe, heißt nämlich sicher, so was Bestätigendes. Also zum Beispiel Ben hat safe was mit Jana, könnte man sagen. Cringe, das habe ich tatsächlich in dem Sprachführer in meinem Buch schon mal erklärt. Cringe ursprünglich bedeutet das Verb erschaudern oder zurückschrecken, wird in der Jugendsprache im Sinne von peinlich oder fremdscham hervorrufend verwendet. Wenn etwas als cringe oder cringy bezeichnet wird, kann das böse gemeint sein oder nur milde Kopfschüttelnd. Und cringy ist es für Jugendliche beispielsweise auch, wenn ihre Eltern versuchen, besonders jugendlich zu wirken oder vor Freunden Jugendsprache benutzen, wenn Erwachsene TikToks machen oder sich auf andere Weise inadäquat verhalten. Bruder muss los, das ist so ein bisschen sich aus einer unangenehmen Situation befreien, wird manchmal aber auch wirklich nur so meme-mäßig eingesetzt. Manchmal steht das auch unter meinen TikToks, drückt dann aus irgendwie so, nichts wie weg hier. Es ist so ein bisschen humorvoll distanzierend, sage ich jetzt mal. Ehre oder auf Ehre, das ist ein Ausdruck, sage ich mal, der bestätigt normalerweise ein lobenswertes Verhalten. Also wenn ein Jugendlicher die Restaurantrechnung für die anderen übernimmt, dann sagt man Ehre. Ehre genommen wäre dann zum Beispiel, wenn dieser Dad das Rap-Battle gegen Oscar gewinnt, dann steht in den Kommentaren Ehre genommen. Das heißt also, ich habe ihn besiegt. Ehre ist natürlich ein ganz alter deutscher Begriff und erscheint gerade Konjunktur zu haben, denn letztes Jahr war das Jugendwort des Jahres Ehrenmann oder Ehrenfrau. Erwachsene denken, wenn sie hören, dass Ehre gerade so eine Rolle spielt bei Jugendlichen, dann immer an Mafia und an Ehrenkodex und huuuh. Ich meine, man kann auch einfach mal an Ehrenamt denken, an Ehrenvoll. So, wer hat denn nun gewonnen? Bei den Älteren ist das Bruder muss los. Bei den Jüngeren gewinnt Ehre. Das ist so ein bisschen der Unterschied und ich habe hier mal eine Zeitleiste gemacht, also eine Übersicht, wie sich die Vorlieben im Laufe des Alters ändern. Da sieht man ganz gut, ab 19 Jahren kommt Bruder muss los nach oben und Ehre rutscht auf den zweiten Platz. Ab 25 rutscht dann Cringe hoch auf Platz 2. Und naja, also mit zunehmendem Alter wird dann safe auch noch für ein wichtiges Jugendwort gehalten. Das ist aber wahrscheinlich schon relativ alt. Tja, und wenn wir uns das Jugendwort des Jahres in der Gesamtbetrachtung der 13- bis 24-Jährigen anschauen, dann gewinnen natürlich die zahlenmäßig überlegenen jüngeren Jugendlichen und wir haben die Reihenfolge auf Platz 4 safe, auf Platz 3 cringe, auf Platz 2 Bruder und Bruder muss los und auf Platz 1 Ehre oder als gegenteiligen Begriff Ehre genommen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das für zutreffend haltet, sofern ihr jugendlich seid und natürlich auch sonst gerne, was ihr von der Jugendwortbestimmung 2019 haltet. Gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dieser Dad.